So, wir sind in der Haus, D.I.P. ist in der Haus, wir machen jetzt aber ein bisschen Party, komm fertig und so Jetzt wird ein bisschen Feuerspucken jetzt hier Ey, wenn du wissen willst, ob mein Ego wirklich so groß ist Nimm einfach meine Penislänge, mal den Umfang meiner Hoden Und was ist jetzt? Triff die Punch dein etwa nicht dein Geschmack? Lass mich kurz fragen, hast du jemals einen Steifen gehabt? Fühlst du dich nicht entertain? Denkst du, redest nur Quatsch? Dann mach den Track jetzt sofort aus und verpiss nicht, du Spaß Nach dem Abendessen schick mich deine Eltern ins Bett Setzen sich in die Küche, kiffen und nicken zu meinen Raps So wenn ich dann noch einen Huchensohn durch das Bein Die Schicke grinst seit dem fette Mutter breit und sagt, das ist mein Nigger Ich bin ein dreister Kerl, denk nicht, dass ich dein Freund bin Ich geh auf Facebook und like einfach alle Bilder deiner Freundin Ey, ich hab den Battle Rap zwar nicht erfunden, doch lang genug studiert, um nicht nur dazu verbunden Es mag sein, dass mein Penis dank deiner Mama wieder harzt Doch ich ficke lieber deine Cousine, dritten Gratis Wie wäre es mit einer Runde Applaus, denn Sash D.I.P. ist in der House Wie wäre es für eine Runde Applaus, denn Firecatcher ist in der House Wie wäre es mit einer Runde Applaus, denn Sash D.I.P. ist in der House Wie wäre es mit einer Runde Applaus, denn Firecatcher ist in der House Feiercatcher, das Spiel mit dem Feuer und die Kunst aus Einzufangen Digger, ich bring diesen 16er eben noch unter, dann bin ich wieder draußen auf der Jagd Telefonnummer, wie ich heute gehörst du zu den berühmt Berüchtigten So oft auf den Streets, dass sie auf den Bühnen nicht zu finden sind Die Gangster, die Hustler, die Killer, die waren G's 90% von ihnen sind einsame Junkies Also das Gegenteil von meiner Persönlichkeit Trink weiter Königpilznamen, heute ein Königsein Ich bin klein, laut auf Dexter Cruz mit langen Haaren Inzwischen mach ich mir lokal nen Namen VIP, Hip-Hop-Lehrer, bei uns sollst du etwas lernen Frag mich später, wann ich Zeit hab, ich muss über dessen klären Du kannst bei den Schuhen laufen, aber nicht in Käsefüßen Weißt du was du kannst? Deine Mann von Peter grüßen Der Sound für Aufreißer, Arzen und Freaks Sash ist am Beat, ich bin raus, Rest in Peace Wie wäre es mit einer Runde Applaus, denn Sash D.I.P. ist in der Haus Wie wäre es mit einer Runde Applaus, denn Firecatcher ist in der Haus Wie wäre es mit einer Runde Applaus, denn Sash D.I.P. ist in der Haus Wie wäre es mit einer Runde Applaus, denn D.I.P. ist in der Haus Wie wäre es mit einer Runde Applaus, denn D.I.P. ist in der Haus Wie wäre es mit einer Runde Applaus, denn D.I.P. ist in der Haus Wie wäre es mit einer Runde Applaus, denn D.I.P. ist in der Haus Wie wäre es mit einer Runde Applaus, denn D.I.P. ist in der Haus Wie wäre es mit einer Runde Applaus, denn D.I.P. ist in der Haus Vielen Dank.